So, jetzt packen wir es. Star Trek Strange New Worlds Episode 1 und 2. Ein paar von euch haben natürlich schon gefragt, während ich mich ja über Picard ziemlich aufgeregt habe, haben ja alle so die Hoffnung gehabt, dass Strange New Worlds besser wird. Und wahrscheinlich können es einige von euch noch nicht gucken, das ist ziemlich furchtbar mit dem Deutschland Release. Aber ich kann euch zumindest mal diese Hoffnung, nein, Angst nehmen, es wird besser. Sie machen es fast richtig und das hört ihr mich relativ selten sagen, wenn ihr sonst so auf meinem Kanal jetzt über die New Trek Folgen euch informiert. Ich habe Hoffnung und es fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause, kann man das sagen? Ist das ein bisschen affig? Also es fühlt sich wirklich an ein bisschen wie zu Hause. Warum und was ist aber trotzdem noch nicht so ganz toll? Also mir gefällt zum Beispiel, wie sie die Figuren einführen. Deswegen erlaube ich mir auch die ersten zwei Episoden noch ein bisschen gnädig zu bewerten, weil da sind schon arge Hämmer drin in den ersten zwei Episoden. Aber ich würde es der Story und insgesamt der Season oder der Idee ja jetzt irgendwie gnädig durchgehen lassen, weil sie es ja eigentlich auch, sie müssen jetzt in relativ kurzer Zeit irgendwie die Figuren einführen. Und was sie jetzt da geschafft haben, was sie bei allen anderen New Trek Folgen nicht geschafft haben, ich fange schon wieder an Namen zu merken, Ortega und so weiter, ja gut, Pike ist nicht schwierig, der andere Kirk mit dem Schnauzer, ja gut, ist auch nicht so wirklich schwierig. Bleiben wir nochmal spoilerfrei bei der ganzen Geschichte. Es sieht verdammt gut aus. Es passt vom Sounddesign, es passt vom Setdesign, es passt von den Charakteren bis auf eben, und das ist jetzt für mich kein Spoiler, weil das weiß jeder. Ein Problem, ich sage ja immer, es gibt eigentlich keine guten Prequels. Und hier ist genau wieder der Punkt, und das ist auch Teil des Problems, ja diese, die Vergangenheit, die auf Pike drückt. Das macht er, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren sagen, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wenn ich schon weiß, er sagt er selber so, in zehn Jahren, da werde ich dieses Ende nehmen, was wir alle wissen. Ich weiß, man kann es nicht anders machen, aber das ist ein Problem. Weil man, ich finde es ist schön, wenn man mit einer Serie zusammen in die Zukunft wächst. Egal ob die Serie irgendwann endet, aber man hat immer diesen Pfad zur Hoffnung. Star Trek ist ja auch immer so ein bisschen eine Utopie. Und hier, Pike fährt in diese Dystopie rein, und wir brauchen uns nichts vormachen. Natürlich werden sie das Problem irgendwann lösen. Alternative Zeitlinien, wir wissen ja, wenn es nicht mehr einfällt, Multiversum, alternative Zeitlinien. Die Besetzung gefällt mir. Auch, und jetzt müssen wir in den Spoilerbereich kommen. Also ich habe jetzt schon gesagt, die Handlungen sind, bevor wir jetzt in den Spoilerbereich wirklich gehen, die Handlungen, der Punkt, wo die Handlungen gelöst werden, der ist immer ein bisschen problematisch. Aber wir wollen es nochmal übertreiben. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass man sich beleidigt fühlt. Gehen wir mal ein bisschen so auf Episode 1 ein. So, ich nenne sie einfach First Contact, weil sie Strange New Worlds heißt. Ja, okay. Es fängt natürlich ein bisschen an, wie Pike eingeführt wird, mit langem Wald im Bad und argen Problemen. Und ich musste ein bisschen an Mission Impossible denken, wie sie ihn dann abholen, weil er war eigentlich, ich sage mal, Captain Pike auf der Flucht, auf dem zu hohem Rosse, und dann holen sie mit dem Raumpferde ab. Also irgendwie, das sah für mich so ein bisschen nach die übliche Mission Impossible Anfangsszene. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Teil. Nachdem schaut es aus. Ja, sie zeigen das Raumschiff und es ist schön genug. Es ist nicht zu lang, die ganzen Kamerafahrten. Ja, sie haben natürlich wieder ein bisschen Glare und so weiter und Flair und ja, passt. Das Problem an der Folge oder das Problem der Folge an sich, also das, was sie lösen wollen, noch nicht mal das Problem in der Handlung, ist, ja, seine Number One hat einen First Contact gemacht und ist dann eben verschwunden. Da fliegen sie dann hin, weil Red Alert und so weiter und finden dann eine Zivilisation, die ihnen aufgefallen ist, weil sie Warps-Signaturen erzeugen. Und wir wissen ja alle, wenn irgendjemand Warps-Signaturen erzeugt, dann muss man da jemand hinschicken, weil dann gibt es First Contact. So weit, so gut. Ich habe dann den Teil, das ist auch in der englischen Variante, nicht ganz verstanden, wo sie erklärt haben, warum es eigentlich ein Riesenraumschiff ist, aber nur drei Leute überhaupt von der anderen Crew in der Folge vorkommen. Aber wie der Kollege sagen würde, scheiß was drauf. In der Folge, da benutzen wir dann noch ein bisschen die Nurse Chapel, die ihnen dann die Ohren modifiziert und da machen sie Mods-mäßig gentechnische Erklärungen, blau und blub. Gut, da wollten sie sich halt einführen. Reicht aber nicht, weil sie dann noch so eine kleine Beamerei machen und ein paar von den Planeten hochbeamen und sie selber dann versuchen, in diesen Gefängniskomplex reinzukommen. Und bei, ja, die sind dann auf der Krankenstation und dann entkommt einer. Und die Szene fand ich dann etwas unpassend, wo die Nurse Chapel dann so grinst und sagt, ah, das ist jetzt wieder der spaßige Teil und hinter dem herrennt. Und der Arzt sagt dann noch irgendwie so, irgendwie fang den Hasen, sage ich mal in so eine Richtung. Ende dann auf der Brücke und ja, im Prinzip spielt sie hier den Cowboy und mit dem Hypo-Spray setzt sie ihn dann irgendwie zur Ruhe und dann haut sie noch mit einer zweiten Dose und macht dann so quasi I love you so in der Richtung. Den Komplex an Handlungen fand ich ein bisschen unpassend für eigentlich eine Serie mit dem Gedanken, dass man ja eigentlich nicht interferieren soll mit anderen Kulturen und Menschen wertschätzen, bla 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 und so weiter. Das war ein bisschen, so wie man Affen einfängt. Dabei ist das eben eine menschliche Lebensform einer anderen Kultur. Hat aber sehr gut zu der Chapel gepasst, die sie da etablieren wollen. Und ich sage es jetzt nochmal. Es ist in den ersten zwei Folgen, denken wir an Next Generation, die erste Staffel war relativ furchtbar. Also sie bauen, auch wenn ich diesen Handlungsstand nicht mag, innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Figur zusammen. Gut, jetzt sind sie auf dem Planeten. Ich erspare euch jetzt ein bisschen hin und her, num num num. Das Problem ist, hier gibt es zwei Parteien und die haben nicht den Warpantrieb erfunden, sondern die Warpbombe. Können Sie uns an beinahe aktuelle Ereignisse sehen? Nein, nein, jetzt habe ich ein bisschen weit hergeholt. Und auch das ist, ja, ich habe ein bisschen die Augen verdreht, aber wir kennen das, ne. Die Answer Prize oder wer auch immer, zwei Konfliktparteien und jeder normaldenkende Mensch sagt, warum streitet ihr euch eigentlich? Auch das, ja, ich habe gehofft, jetzt kommt was Geniales und was passiert. Im Prinzip erklären sie ihn, Servus, wir kommen von der Erde. Wir wissen, dass das scheiße ist, wenn wir jetzt hier uns gegenseitig bekriegen. Und dann sagen die, ach, ach so, ja, gut, dann, ja, wenn, also wenn ich von der Erde wäre, oh, ja, also okay, gut, passt schon. What? Aber gut, in der Folge haben sie halt alle eingeführt und die Hurra kommt vor und sie wird als Kadett, ich sage es mal Kadett, der Begriff ist ein bisschen anderer. Es passt alles irgendwie. Gut, wir retten uns zur Episode 2. Habe ich schon erwähnt, dass der Vorspann ein Gedicht ist. Und das habe ich noch nie, glaube ich, über irgendeinen Star Trek nach Next Generation gesagt. Auch wenn die alle irgendwie was hatten. Aber der Vorspann ist für mich ein echtes Gedicht. Darf mir auch mal was Positives sagen, gell? Okay, ja, um was geht's eigentlich? Naja, sie sind auf der Mission, sie müssen einen Planeten retten, weil ein Komet auf ihn zu rast. Und ist ja so, ganz easy peasy, ein paar Fortunen-Torbetos mit irgendeinem paar Ionentriebwerken und dann sagt der Pike schon, sie schießen die ab, weil sie wollen ein bisschen aus der Bahn lenken. Und dann sagt der Pike schon, oh, das ist der Job, den ich so mag. Nee, passt schon. So. Mehr Power hat er nicht gesagt, aber es gab nicht so irgendwie, dass wir ein bisschen jetzt an Home Improvement erinnern und weiß auch nicht warum. Ja, aber ist nicht, weil da ist ein Schild. Der Planet hat ein Schild. Okay, blöd. Und dann beamen sie natürlich da drauf. Und nicht der Käpt'n ist dabei. Schon mal witzig. Die Uhura ist dabei. Ich habe gerade überlegt, da bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich habe sie da eine rote Uniform anhat, weil das wäre nämlich sonst hätte ungesund für sie enden können. Aber auch das tun sie nicht. Das gefällt mir. Aber der Kirk ist dabei und der kriegt gottsmäßig eine gescheuert. Hätten sie vielleicht schauen müssen, ob der RCD drin ist. Dann ist natürlich das Schild wieder da. Ist aber auch alles egal. Also es ist, ich habe mir jetzt gedacht, das war meine Befürchtung, oh, jetzt schon wieder so ein Komet, weil man sieht in dem Komet drinnen eben diese Kapelle oder ich nenne es jetzt Kapelle oder seltsamen Computer. Und es gibt ja viele Next Generation oder TOS-Folgen, wo halt dann dieser fehlgeleitete Rechner, den man dann einfach korrigieren muss und so weiter. Da habe ich gedacht, jetzt geht das wieder los, dass sie mit einem Computer verhandeln. Nee, ist nicht so. Das war gut. Sie haben aber das Problem, sie sind eingeschlossen jetzt in diesem Kometen, der von einem Schild umgeben ist. Wir wissen ja alle, aus Schilden kann man nicht beamen. und die Enterprise wird jetzt aber angegriffen, weil nämlich dann plötzlich ein riesiges anderes Raumschiff in der Umgebung auftaucht und die sagen, mir sind jetzt die Schäfer, die Hirten von diesem Dingens, das ist unser Prophet, der weiß schon, was er tut, haltet euch zurück, sonst werden wir euch abschießen. Ui, das ist jetzt O-Argnehm. Was machen wir jetzt da? Ja, die inzwischen auf dem Kometen sind auch nicht blöd, die singen das Problem weg. Actually, really, literally. Weil die Uhura immer so ein bisschen vor sich hin summt, da merken sie plötzlich, dass dann die Light Show sich ändert, wenn die singt. Ich muss mal an meinen Musikunterricht gerade denken, so Dirty Tones und Blue Nodes. Das war Jazz, gell? Ja, es ist alles ein bisschen eingerostet. Und dann kommen sie irgendwie auf die Idee und den Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Sie erklären noch für die Deppen, dass eine andere, also eine andere Oktav ist eine Verdoppelung der Frequenz und irgendwie kommen sie dann auf Binärsystem, was soweit noch logisch ist. Also ich habe gedacht, die bauen jetzt quasi ein Modem auf, machen eine V42-Verbindung auf zu dem Ding. Aber nee, sie singen dann irgendwie so, sie sagt dann, versuch mal einen Ton zu treffen und halte ihn und dann ist plötzlich das Schild weg. Gut, klar. Das ist im Prinzip eine Huldigung an unheimliche Begegnungen der dritten Art. Habt ihr schon kapiert. Aber auch da war es schon ein bisschen, ja, aber hier, also mir hätte da noch wenigstens zwei Sätze gefehlt. Warum, warum kann man das, warum, wenn man dann singt, wird dann das Schild weg? Also da wäre es jetzt wieder besser gewesen. Das hätte, wäre in Tost passiert. Da wäre dann irgendeine komische Figur erschienen, die gesagt hat, ha, was wollt ihr hier? Ich glaube, ihr wollt nur wieder raus. Ja, passt schon, geh weiter. Der Kirk hätte ein bisschen Blackshot, da hätte es eine Dame sein müssen beim Kirk. Dann hätte er ein bisschen schöne Augen gemacht, dann hätten sie ihn rauslassen. Wäre auch nicht intelligenter gewesen. Was machen Sie jetzt? Das Ding hat immer noch auf dem Planeten zu. Geniale Idee, wirklich geniale Idee. Sie fliegen darauf zu und stellen sich tot. Sie machen ein Afroposso. Und dann die von dem bösen Raumschiff, die fliegen halt hinterher, trauen sich immer nicht zu schießen, weil sonst wird der Komet kaputt. So ist das auch mit Propheten, da darfst du nicht drauf schießen, sonst sind sie immer gleich kaputt und beleidigt. Vielleicht brauchen sie dann noch irgendwelche Opfer. Und dann sagt der Peik, also hat er quasi einen Hauptschalter umgelegt, Hilfe, Hilfe, uns hat es erwischt, wir können nichts mehr machen. Und die dann, kein Problem, wir holen einen Traktorstrahl, Resi, ich hole die mit meinem Traktorstrahl ab, so ungefähr, ziehen die raus, aber heimlich. Und das merken die, die Hirten nicht, hat sich der Spock mit einem Shuttle da davon gemacht und der hat da einen Heizstrahler eingebaut und mit dem Heizstrahler durch die Sublimation, was sie schön erklären wird, dann spaltet sich der Komet und spaltet da irgendwas ab, ist im Detail wurscht, würde euch nur verwirren. Und dadurch entsteht eine Kursabweichung und bei den Planeten regnet es dann, weil diese schönen Stoffe dann in der Atmosphäre des Planeten ja genau das, das war es, was ich gesucht habe und nachher sagen dann die Schäfer, das seht ihr, das hat alles gut geworden, so in der Richtung. Was dann später rauskommt, ist, dass der Asteroid, der Enterprise auch schon eine Nachricht geschickt hat, die die aber nicht verstanden haben, weil die sind ein bisschen blöd, da wären die bei Discovery schneller gewesen, da hat die Michael hat da schon mal in einer ähnlichen Folge relativ schnell geschlussfolgert. Der hat nämlich Bilder geschickt und in den Bildern war er und der abgespaltete Dingsbums da genau so dargestellt, wie es nachher passiert ist. Das heißt, das war vorbestimmt. Sie haben also gar nicht interferiert, sondern vierdimensional denken, Spocky, würde ich mal sagen, die haben genau das getan, was vorbestimmt ist. So, das soll jetzt der Mindtwist sein. Ist nicht schlecht. Also ist nicht so dämlich wie Discovery oder PK, ist also schon vom Niveau her, würde ich mal sagen, zwei Stufen besser. Aber ich finde es ein bisschen, ja, wieder depressiv. Also zusammen mit dieser Pike Line, dass ihr immer damit kämpft, ach Leute, ja, ich weiß, ihr habt alle eine schlimme Vergangenheit, ja, ja, ihr könnt es langsam nicht mehr sehen. Vielleicht sollte irgendwie das Chateau von dem PK, ach so, eine andere Zeitlinie, das stört mich ein bisschen und diese Vorbestimmtheit, ich mag das überhaupt nicht, weil genau das nimmt einem, jetzt philosophisch betrachtet, wir sind jetzt draußen aus Star Trek speziell, das nimmt einem die Motivation und das Interesse etwas zu ändern und ich bin der Meinung, das ist im Prinzip Schrödingers Unbestimmtheit, dass wenn du das weißt, kannst du es ändern und ich bleibe bei dem Modell, was ich schon mal in der vorletzten Kritik gesagt habe, ich stelle mir das so vor, dass diese Paralleluniversen, wenn es diese gibt, diese Zeitlinien sind eben so wie Mulden und du kannst da schon ein bisschen abweichen, wenn du da was verwurschtelst und wahrscheinlich wird sich das immer auf einem ähnlichen Pfad dann stabilisieren, aber wenn du durch die Energie steckst, kannst du in eine andere Mulde, in einer anderen Zeitlinie enden, weil alles andere, wenn alles schon vorbestimmt ist, dann sind alle Diskussionen, die wir überhaupt führen, sinnlos und gleichzeitig können wir auch zu ganz, ganz bösen Diskussionen irgendwie jetzt hier raumfrei machen, ob der einzelne Mensch überhaupt noch irgendeine Entscheidungsfähigkeit hat, ob er überhaupt irgendwas dafür kann, Schuld, bla bla, also okay, das führt jetzt natürlich philosophisch viel zu weit, aber deswegen mag ich Vorbestimmtheit nicht, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich mag Vorbestimmtheit nicht, aber, was ich vorher schon sagte, die Figuren fühlen sich nach zwei Episoden schon nahbar an, ich könnte jetzt natürlich noch auf diesen Sketch zurückkommen, den die mit der Uhura spielen, wo sie verarschen, weil sie denkt, sie würde als einzige formal zu dem Captain Stinner kommen müssen, also quasi im großen Dienstanzug mit Stahlhelm und so weiter, sie haben sie aber verarscht, es ist auch witzig, dass das die einzige bisher Gelegenheit ist, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, wo man die Sternflottenangehörigen da in Freizeitklamotten auf der Enterprise sieht, auch ich glaube auf der neuen, auf diesem Captain Stinner, ist irgendwie witzig, weil in Next Generation sind die eigentlich mehr, das stimmt nicht ganz, aber sie sind immer in ähnlich aussehenden Klamotten, sagen wir es mal so, rumgrant, da erlauben sie sich jetzt eigentlich ein bisschen Anleihen an der modernen Zeit zu nehmen, Na Gott, kann man ja auch sagen, dass das relativ noch näher an dem heute ist, wie eben Next Generation. Kehren wir mal alles zusammen. Das war ein guter Anfang und auch in allen anderen Serien sind viele Storys eher Hanebüchen. Die Storys waren okay, sie waren logisch im Prinzip von Anfang bis zum Ende, es gibt jetzt keinen Riesenpunkt, wo man sagen muss, das ist völliger Quatsch, aber es war auch keine Aha-Geschichte dabei. Oder um die ganz große Kurzfassung zu nehmen, ich freue mich auf die nächste Folge. Tja, und jetzt kommt das Call to Action, was denkt ihr? Freut euch auf die nächste? Oder werdet ihr jetzt zum Fluchen anfangen und fragen, wie komme ich jetzt dahin, die Folge zu sehen? Und jetzt bräuchte ich einen VPN-Sponsor, der wäre jetzt passend, gell? Also, bis zum nächsten Video. Servus.